Die Akkordfolge Dieser Sprung ist oftmals im Tempo schwer zu bewältigen. Du kannst hier auch in die erste Umkehrung nach C-Dor gehen. Nochmal zur Erinnerung, Umkehrung, Grundlage, erste Umkehrung. Da hast du das C als obersten Ton, den zweiten Finger auf dem G und den ersten Finger auf dem E.